so schön alle ausplündern ich hab jetzt ja auch viel Geld für Bestechungen ausgegeben und jetzt so gönnen wir uns erstmal ein bisschen was zu essen was zu trinken ja und wenn jetzt meine Lebensleiste wieder langsam voll wird sollten wir uns jetzt auf alle Fälle mal zu Kalksteinen begeben ja denn so ganz unschuldig scheint der etwas sehr unverständliche Mann mit dem russischen Akzent wohl nicht zu sein so Kalksteins Haus war doch irgendwo hier oben da aber gut er wurde ja auch von Salamandra überfallen auf der Brücke nach Vizima ob er mit ihm dann zusammenarbeitet eine ganz seltsame Geschichte aber ich denke mal gleich wissen wir mehr oh oh ich werde verfolgt das ist gar nicht gut ja ich renne jetzt gerade ein bisschen weg weil ihr seht mein mein Lebensbalken ist nicht gerade weit oben und ich hab eigentlich keinen Bock jetzt hier gerade zu sterben deswegen mach ich mal ein auf Weichei und lauf einfach davon und geh jetzt einfach zu Kalksteinen okay das kann ich nicht das heißt ein kleines Kämpfchen bam so so ganz schön was rangezogen hier oh oh Jungs guckt mich nicht so grimmig an ich bin ja schon weg bevor die mich hier noch aufspießen mit ihren großen Prügeln so Monsieur Kalkstein wo bist du denn ah da bist du ja endlich folgt der Hexer Geralt meinem Ruf wir sehen uns wieder ich brauche wieder eure Hilfe wobei eine ernste Sache etwas das zum Meilenstein der Alchemie werden könnte und es steht mit eurem Berufszweig in Zusammenhang erzählt mir mehr oh tut mir leid ich war ganz in Gedanken ihr hattet eine Aufgabe helft mir bei der Erfüllung meines Lebenswerks ein Turm steht in dem bewaldeten Sumpf nahe Alvisima Prinzessin oben, Drache unten danke ich verzichte schreibt bitte die Legende besagt dass ein Magier und Alchemist den Turm erbaut hat keine Prinzessinnen oder Drachen und was ist meine Aufgabe der Magier starb vor langer Zeit der Turm fiel der Vergessenheit anheim die Macht in seinem Inneren zog alle Geschöpfe in der Nähe an und deformierte sie kurz gesagt er brachte ungeheuer hervor genau ich möchte diese Quelle untersuchen Hexer und eine Dissertation darüber schreiben die meinen Namen unsterblich macht ich werde Zugang zu Geheimnissen bekommen die seit Jahren in diesem Turm verborgen sind bedauerlicherweise ist der Turm abgesperrt ich bezahle tausend Ohrens demjenigen der mir hilft ins Innere zu kommen ja ne wir nehmen mal den Auftrag an aber ich verspreche noch nicht dass ich ihn zu Ende machen werde wäre es einfach bräuchte ich euch nicht es ist kompliziert in das Labor eines mächtigen Magiers einzubrechen wir müssen detaillierte Informationen über den Turm sammeln wo finde ich diese? in den Geschichten der Alten und der Sumpfbewohner aber auch in alten Büchern aufgezeichnete Weisheit ist unendlich zuverlässiger denkt ihr an bestimmte Titel? Ransand Alvaros die geheimen Pforten und das alchemistische Lehrbuch Eins of Aur ich kenne einen gewissen Zwerg der ein Exemplar von die geheimen Pforten besitzt das zweite Buch ist verschollen und dürfte schwer aufzutreiben sein während ihr danach sucht könnt ihr auch meine neueste Erfindung testen einen Kristall der Orte der Macht mit meiner Werkstatt verbindet er wird euch erlauben zu teleportieren desintegriert in Millionen von Teilchen die sich jenseits der Raumzeikkurve bewegen und dann wird er mich in ihrem Atelier wieder vollständig zusammenfügen Seid ihr euch da auch sicher? Ein Fehlerrisiko besteht natürlich aber es ist minimal ja klingt irgendwie nicht wirklich sicher aber ne oh tut mir leid ich war ganz in Gedanken genau denn wir wollten ja noch was über ihn wissen oder von ihm erfahren reden wir über die Salamandra genau dieses danke Geralt ich glaube ihr steckt mit denen unter einer Decke was? ich? warum? das wüsste ich auch sehr gern hinter was seid ihr her? es gibt Fakten die darauf hindeuten dass ihr mit der Organisation verbunden seid was für Fakten? der verwundete Salamander nannte euren Namen natürlich weil ich ihn angeheuert habe wofür? damit er mir bei meinen Experimenten hilft ich hatte keine Ahnung dass er einer Geheimorganisation angehört ich vermute er hat die fünfte Essenz destilliert und den Stein der Weisen abgestaubt wie? er beschützte mich vor den Salamandra und erledigte andere Aufgaben er hat sein Leben für mich aufs Spiel gesetzt und euer Sarkasmus wird daran nichts ändern geht mir aus den Augen Mutant glauben wir ihm glauben wir ihm nicht wenn sie haben auf der Strecke überfallen ja glauben wir ihm mal ich glaube euch ich weiß nicht genug um mich zu entscheiden wechseln wir das Thema wir dürfen keine Zeit verlieren wenn ihr diesen Verbrecher findet helfe ich gern jetzt aber wieder an die Arbeit ja wirklich Aufschluss hat das ja nicht gebracht ich muss neue Beweise finden ja keine Ahnung wo ich das tun soll ne da unten gehe ich jetzt nicht aber ich habe ja noch gar nicht alle Verdächtigen durch denn wenn ich meinen Questlog richtig in Erinnerung habe habe ich nur noch einen Verdächtigen auf meiner Liste ne ah ich muss wieder mal mit mit Raimon sprechen auf jeden Fall sollte ich das gleich tun ok mit dem Sentboten wenn der sich wieder beruhigt hat rede ich auch nochmal das ist ja nur eine Zusatzquest ja auf jeden Fall genau Vivaldi den Zwerg ja da sollte ich auch auf jeden Fall nochmal hingehen denn von dem seiner Banken wurde ja das Geld für den Professor überwiesen ja aber erstmal scheint es ja ab zum Detektiv zu gehen zumindest führe mich da jetzt schon zwei Quests wieder hin hoffen wir mal ich bin hier richtig nö natürlich nicht ja fast verlaufen aber auch nur fast ja ne mal gucken was Raimon zu meinen neuesten Erkenntnissen sagt hätte ja auch jetzt keine Treppenanimationen hinmachen können hä einfach so ein kleines Portal man 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 ich bin ganz ohr weißer Wolf also ich war bei dem Gefangenen hat er was ausgespuckt? dazu gab's keine Gelegenheit Boxfleischs Männer haben uns angegriffen sicher? seltsam Boxfleisch will die Salamandra loswerden es sei denn mir ist da etwas entgangen Javed hat ihm vielleicht Angst eingejagt oder ihn bestochen oder ihn bestochen das sollten wir prüfen habt ihr etwas aus dem Gefangenen herausbekommen? ein einziges Wort Kalkstein macht Sinn Kalkstein ist ein talentierter Alchemist er könnte Javed bei den Experimenten behilflich sein ich bin ihm begegnet er sah nicht aus wie ein Verbrecher das mag ja sein aber wir müssen allen Hinweisen nachgehen an die Arbeit ich befrage meine Kontakte in der Stadt ihr beobachtet Kalkstein er ringt sein Vertrauen findet heraus was er vorhat und was er verbirgt wie geht es mit den Ermittlungen weiter? Geduld ist angesagt wie beim Fischen ich bevorzuge die Jagd dann er ringt Kalksteins Vertrauen tut ihm einen Gefallen bringt etwas in Erfahrung das ihn interessiert ihr könntet ihn dazu bringen euch anzuheuern redet auch mit Boxfleisch aber übertreibt es nicht er ist ein Choleriker hm ok ne jetzt muss ich ja nicht unbedingt super intelligent sein um zu wissen dass ich diese tolle Aufgabe für Kalkstein übernehmen muss und jetzt diese beiden Bücher finden darf ich bin ganz ohr weißer Wolf also na gut bis bald die Punkte sind jetzt nicht ganz so wichtig für uns ja ne ihr merkt ich überleg jetzt gerade schon so nebenbei deswegen auch dieses etwas holpigere sprechen holp priege sprechen oh man ok äh Fakt Nummer 1 ich rede erstmal mit Boxfleisch und das ist auf jeden Fall die einfachere Aufgabe so ich glaube der war da auch in der Taverne zum haarigen Bären so Boxfleisch so Quest auf der Karte verfolgen wohin geht's ja das war natürlich klar ab zum Gasthaus und dann ja noch ein paar weitere Verdächtige abklappern aber mit Kalkstein scheine ich gar nicht mal so falsch zu liegen und auf jeden Fall sollte ich jetzt diese Quest für ihn erledigen mit dem Turm ja ui ein Retter des Ordens ich glaube ich habe mich wieder hoffnungslos verlaufen ja habe ich oh man schade dass man bei diesem Spiel nicht springen kann naja geht ja im zweiten Teil übrigens auch nicht also da gibt es so ein paar Stellen wo man dann so eine Action Taste hat wie jetzt gerade springen aber leider so freies springen gibt es hier nicht naja ist jetzt auch nicht so wichtig naja komme ich auch nicht wirklich rein ach stimmt da bin ich ja vorhin sogar rausgekommen mal looky looky auf die Map machen jo den Weg nach unten und genau hier bin ich richtig und jetzt einfach einmal links einmal links und dann immer geradeaus ach hier sieht man eine schöne Stadt voller Banditen Schurken Drogenabhängigen Huren hier fühlt man sich doch wohl und geborgen hier möchte man seine Grinder seine Kinder aufwachsen lassen auf jeden Fall so wo ist denn jetzt Genosse Boxfleisch da da